Der heutige Vortrag geht um Filmkopien auf Super 8 in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis heute. Das ist der Inhalt und vermutlich ist es euch schon aufgefallen, vielleicht auch nicht, aber in den gängigen Medien heißt es ja immer, dass der Beginn des Heimkinos mit der Videokassette begonnen hat. Und diese Aussage ist tatsächlich nicht so ganz richtig. Reichen die Anfänger des privaten Heimkinos mittels privater gekaufter Filmkopie bereits in den 1920er Jahre zurück, entwickelte sich der Markt für diese privaten Filmkopien als Massenmedium in der Bundesrepublik Anfang der 70er Jahre mit Super 8 als Trägermedium. Bereits mehr als zehn Jahre damit vor der Marktdurchdringung mit der Videokassette. Super 8, Filmkopien auf Super 8 waren allgegenwärtig in Warenhäusern, Fotofachgeschäften und im Versandhandel. Das ist heute das Thema und inhaltlich Super 8 war also durchaus wahrnehmbar im normalen Alltagsumfeld. Wo hat man denn Super 8-Filme überall angetroffen? Also zahle erstmal, wie er schon genannt hat, in Warenhäusern, Kaufhof, Galeria gibt es ja heute auch noch. Im Grunde genommen so ein bisschen wie ein Blu-ray, nur ein bisschen prominenter dargestellt, weil es natürlich auch ein gehobenes Produkt war vom Preis her. Super 8 gab es auch in Fotofachgeschäften, zum Beispiel haben wir hier Fotopost, das war eine der ganz großen Fotofachgeschäftketten in Deutschland in den 70er, 80er und 90er Jahren oder Fotokwelle. Da lag das dann auch durchaus in den Schaufensterauslagen, diese Super 8-Kopien, dass man die von der Straße aus eben entsprechend gesehen hat als Anreiz. Im Spielwarenläden gab es auch Super 8. Wir sehen hier ein Bild des FEDES-Katalogs von 1972. FEDES ist auch so eine Spielwarenkette und da gab es Super 8-Projektoren speziell für Kinder, sehr minderwertig ausgeführt, aber immer noch ausreichend, um kurze Sturmfilmer zu Hause im Kinderzimmer an die Wand werfen zu können. Selbstverständlich gab es auch spezielle Geschäfte, die sich auf Super 8-Kopien spezialisiert haben, die waren allerdings auch eher in den Großstädten anzutreffen. Im Versandhandel, Neckermann, Quelle, Otto war Super 8 in den Katalogen auch vertreten, hier ein Katalogauszug von 1975 von Fotoquelle und hier sieht man, da wird einmal das Equipment angeboten, da kommen noch ein paar Seitenprojektoren davor und Kameras und eben dann auch die Filmkopien. Ja, Werbung, einmal Werbematerial von den Herstellern, aber eben auch Printwerbung, die geschaltet wurde. Super 8-Hersteller waren präsent auf Fachmessen, zum Beispiel der Fotokine und es gab Fachzeitschriften, die tatsächlich am Kiosk erwerbbar waren, die Super 8 auch tatsächlich vorne auf dem Cover ankündigten, um dann da Filmkopien zu besprechen. Wir schauen jetzt in dem Zusammenhang einen 20-sekündigen Werbespot. Was heißt es denn für Super 8 heute? Macht es denn eigentlich Sinn, Super 8 heute noch in irgendeiner Form zu verwenden? Da schauen wir mal, wie ist denn eigentlich gerade die Filmsituation, die kennt ihr natürlich alle. Wir haben ja tatsächlich diese absolute Entstofflichung des Films. Der ist auch nicht mehr unbedingt als Objekt erfahrbar, sondern nur noch über die Fernbedienung in Form von so einem kleinen Poster oder Beschreibung auswählbar, aber wir haben eigentlich keinen direkten Bezug mehr zum Film als Objekt, sagen wir mal. Dafür ist es natürlich einfach, ich kann den überall angucken, ich kann ihn jederzeit angucken, ich kann ihn auf verschiedenen Ausgabemedien ansägen. Dazu stellt Super 8 natürlich den maximalen Kontrast dar, das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, wie die Langspielplatte die Gegenposition ist zu Spotify. Und Super 8 steht eben auch in einem besonderen medienhistorischen Kontext, denn die Projektion mit Super 8 macht die Ursprünge des Mediums Film auch heute noch unmittelbar erfahrbar und das auch noch mit vergessenen Filmtiteln und Filmtiteln, die tatsächlich nur noch auf Super 8 zu bekommen sind. Allerdings, die Super 8 Sammlungen werden vermutlich mit den jetzt aktiven Sammlern, also Generation X und Babyboomer, voraussichtlich verschwinden und von daher finde ich es eben auch so ganz wichtig zu versuchen, diese Inhalte noch nachträglich greifbar zu machen, bevor alles tatsächlich weg ist. Das ist jetzt mein Schlusswort, das endgültige Schlusswort überlasse ich allerdings Frédéric Carali, der ist Inhaber einer der letzten Geschäfte, die ausschließlich von dem Verkauf von Analogfilmen leben und speziell eben Super 8 im Boulevard du Ciné in Paris. Ansonn, die Projektion mit Super 8 km ist. Ansonn, die Projektion mit Super 8 km ist. Also, man kann den Beglein nehmen, wenn man eine Sprecher mit einem Besuch mit an, kann man eine Sprecher für mit einem Verbindern, auf dem Projektion mit einem Bובile und auf der Beginn der Woche eine Bobine auf dem Blancen werden, das wird immerweiligen und das ist sehr sehr gut. Die Projektion mit einem Speck, die Sonnenbläuhen sind, die Sonnenblüge sind, die Sonnenblüge sind, Wir machen eine kleine Säuze von Improviser, wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Wir können eine Kopie des 10 Kommandements, ein Film, die dauert 2 Jahre lang, aber da, in 10 gestes, ich habe 20 Minuten. Wir können in der gleiche Säuze die 10 Kommandements projeter, dann können wir Star Wars in 7 Minuten, und dann können wir Duell von Spielberg in 20 Minuten. Und dann können wir drei Monumenten im Cinéma und dann können wir uns regalieren, wie wir es entweder. Diese Geschichte ist sehr, sehr englisch. Diese Dicherts, die wirklich ein Refrain der Zeit, wo die Image, die rar und scherz, sind heute ein Zeichen, der für mich die mehr komisch ist. Ja, ein echter Liebhaber. Ja, ich wäre jetzt am Ende meines Vortrags. Habt ihr denn Fragen? Ja. 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 Ja.